natürlich in ohmund was hast du bist schon im spiel ich hasse das viel ich hab sogar den ersten schon erwischt ok das war verrückt ich sehe das immer nicht wo die dann lang rennen 3 idioten alle drei taschen haben wir die schaffen es nicht auf bereit zu klicken das kräftige jetzt schon da was weg Geweck Oh nee, torf Schrot plat Ah! doch keine halbe stunde jetzt noch 20 minuten ich brauche das was losgehen kann das war mir jetzt ein bisschen zu ja es ist richtig das dinge haben sie immer noch das ist das intro für die alte welcher alter der hexe ich weiß was du meinst ja das gibt's doch nicht wo sind die ich hab die erwischt hat er nicht gepflegt die sau da gibt es den park es ist natürlich schade dass das dort klein ist mit das schlampe das gibt es nicht diese tracks ich krieg das nicht auf die kette mensch warum und 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 hab dich zum zweiten immerhin Ich habe erst ein. Oh, jetzt kriege ich... Die pflegen gar nicht bei mir. Du kommst zu spät. Ich teste dich. Ich krieg dich jetzt. Ich krieg dich jetzt. Hm. Ah! Drei. Drei Haken. Na immerhin. Und die haben noch kein Auto gefahrt. Oh. Wir haben sich schon drei gefahrt. Oh. Oh. Ich bin gerade durch die durchgelaufen und die hat sich ausgelockt, weil sie wieder niedergeknüppelt wurde, anstatt sich zu heilen. Ich will jetzt ein Bot von dir weiter. Also ganz ehrlich, da muss man doch sein. Da ist er! Ein wunderschönes Gute-Tag. Guten Tag! Oh, eins, zwei, drei. Mit dir habe ich auch ein Hündchen gerückt. Ich dachte, du machst mich. Das gibt's doch nicht! Wann spielt ihr schon? Erst der erste Runde. Ach so. Lauf! Doch weiter! Oh, das gibt's nicht! Was ist denn? Was ist denn? Weg! Ich habe Minyo. Ich bin klar! Ich bin klar! Ich bin klar! Oh, come on. Es gibt noch einen Abstand. Ah, das ist ein Abstand. Das ist ein Abstand. Das ist ein Abstand. verpiss dich verpiss dich habe ich gesagt tschuldige dafür ich stelle mich doch nicht in die Palette und lass die Palette auf meinen Kopf halten so, ich darf du bist so dürf du bist so dürf das ist ja erleichtert dass die Punkte klatschen hier 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 und wo ist denn die jetzt hin ist die rennen im wägerung du findste dann aber nicht mehr